moin moin und hallo heute soll es mal um die fugendüse mit steckmechanismus gehen von dyson ein geiles zubehör teil was zum beispiel euren v15 beiliegt entwickelt für die präzise reinigung von kanten und in schmalen spalten und dieses teil oder diese ausführung hier gibt es sogar noch krasser wisst ihr das es gibt sie sogar mit leds dann ist hier vorne led spot dran und dann seht ihr sogar was ihr da am ansaugen sein aber dieses dinge hier reicht auch voll und ganz weil die funktion der beiden sind identisch er sind entwickelt für den dyson v11 zyklon 10 8 und v7 und natürlich beim v15 ist das natürlich auch möglich und allen anderen geräten die den neuen modernen aktuellen bayonet verschluss unterstützen natürlich könnt ihr auch zur alteren generation dieses teil kompatibel waren die mir ein adapter stück dazu nimmt für reinigung von schwierig zu reichenden stellen ich benutze dieses teil sehr sehr oft bei der auto aufbereitung und bei meinem so fies denn hiermit kann ich so richtig tief in die schlitze penetrieren um dort doch das letzte fünktchen an schmutz aus dem oder zwischen den polstermöbeln zu entfernen entwickelt und staub und allergene von den kniffligen stellen im haus zu entfernen es ermöglicht es in einem engen zwischenraum vorzudringen und dort den staub weg transportieren zu können auch sehr gut geeignet um punktuell spinnen auf spinnenjagd zu gehen zum beispiel ja weil die spinne passt hier rein und ihr könnt dann auch zum beispiel einen kabellosen staubsauger sehr gut damit benutzen denn dann ist das so der schnelle helfer für zwischendurch er ist kompatibel mit dem v 15 v 11 zyklon v 10 v 8 und v 7 und wie gesagt mit adapter auch noch zu dem oldschool stuff das ist die fugendüse mit steckmechanismus dann sage ich vielen fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal Kaffee